Leute, sind alle da? Können wir los? Hallo Freunde, seht ihr, die Bauarbeiter sind bereit für ihre Arbeit. Fühlt ihr das? Da kommt ein Laster. Los, springt auf den Laster. Der wird euch zum Zug bringen. Los Freunde, beeilt euch. Na los, wo bleibt ihr denn? Wir kommen. Freunde, wo bleibt denn der Zug? Oh, da kommt ja der Zug. Los steigt alle ein. Oh, da kommt ja der Zug. Alles aussteigen. Ich bin der Vorarbeiter dieser Baustelle. Und jetzt machen wir den Sicherheitscheck. Schutzhelm ist an. Du hast auch den Helm auf. Prima. Oh, der Helm darf nicht fehlen. Hey, wo ist denn dein Schutzhelm? Ohne Schutzhelm kannst du nicht auf der Baustelle arbeiten. Ich hole schnell einen Helm und komme dann wieder. So, jetzt kann jeder an seinen Arbeitsplatz. So, jetzt habe ich auch meinen Helm auf. Prima, dann können wir ja los. ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Wow, ich hab im Steinbruch Gold gefunden! So, die Waggons sind beladen. Zug, du kannst weiterfahren. Was? Gold? Wir haben Gold gefunden. Was? Wirklich? Sind wir jetzt alle reich? Wow! Was würdest du machen, wenn das dein Gold wäre? Schreib's mir in die Kommentare! Schreib's mir in die Kommentare!